Hallihallo Leute! Willkommen zu einer neuen Runde Mario Party! Mit dem... Manuel! Und einer... Mario Party! Sechs! Close, close, close! Was hast du? Ne sechs. Ich bin hier die Patch hier vorne. Die Patch. Ne Patch, ich bin ein U-U-A-A-A-A-A. Ich weiß, du bist Ayan Matargoski. Ayan Matargoski. Und ich hab ne vier gewurfelt. Uh, ich bin mit dem 3D-Man und mit Superman. Ja, der hat auch nen Flyhack, der Superman. Ah, ich bin hier wieder bei dem Baum, wo man wieder rumbacken kann. Ich seh' dich. Ah ja, das kenn' ich. Ja, ja. Ultradumm. Din, dum, 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 dum. Okay. Mit dem F-Hacker. Ich fänd' ich gepo... Oh, ich hätt' ich schon kurz Angst, Mann. Warte doch erst mal. Ich hätt' ich schon kurz Angst. Ich hätt' ich schon kurz Angst. Ich hätt' ich schon kurz Angst. Hallo, Manu. Bist du? Woanders. Geht's nix anderes privat. Du bringst mich wieder um, ich kenn' dich. Uh, ich bin fast in mein eigenes Ding gelaufen. Ja, weil ich spontan umgedreht, das war auch immer. Weil der Weg laufen ist. Wie kann man so früh schon sterben? Indem man dir folgt. Ich sterb' gleich, deswegen. Ja, ich bin auch gestorben. Gott, ich geh' ernsthaft. Ja. Deiner hat sich einfach vor mir umgedreht. Damit hab' ich nicht gerechnet. Ich bin gut, also wir rennen einfach miteinander vorbei. Loll. Nice, ich bin tot, guck mal. Jo, Jo. Wie dumm. Da war nichts mehr. Oh, ich spiel' mit dir. Ich spiel' mit dir. Nice, ich bin off. Ich bin off. Kannst alleine spielen. Guck mir in die Augen, guck mir in die Augen, Baby. Ne, ich bin off. Du siehst ja, ich beweg' mich nicht mehr. Guck mir in die Augen. Oh. Siehst du auch, wie ich dich durchnehme? Eigentlich stehst du nur dumm vor mir. Echt? Ich drück' SLG und dadurch backe ich nach unten. Und dann vibriert meine Augen. Ja, ich seh's. Das hab' ich gesehen. Ja, also. War geil? Ne. Okay. Wusst du nicht, dass Peach nen fetten Schwanz hat? Man lernt nie neu. Äh, man lernt immer Neues. Man lernt nie neu. Oh man, wenigstens war wirklich ne 5. Boah, man ist hier auf einmal ne dritte Person. Die war ja vorher nicht mit drauf, die Violetta. Äh, wahrscheinlich Hex oder? Küss mich. Oh, Peach. Oh, Peach. Wahrscheinlich Bonusfels. Könnte sein. Die... Ich wollt' mich weggestoßen. Oh, Bowser fällt. Hype, 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 Hype. Nein! Drei Felder zurück. Wer weißt du das? Nice. Hab grad auf dich geachtet und geguckt. Hallo Violetta. Ich hab grad ne 1 gewürfelt. Kannst du mal Mitleid haben, bitte? Ich hab grad drei Felder zurück. Halt den Scheiß mal. Ja, trotzdem noch mal besser als meins. Oh naja, nicht freier Fall. Dann hast du sozusagen ne 2 gewürfelt. Ja, eben. Aber ich hab mich angestrengt beim Waffeln. Du wirst einfach nur Blatt. Mama. Halt mich fest. Was? Was? Easy. Ich hasse die Waffe. Ich auch. Konn dich mal so geil. Alter, ich kann die keinem weggehen. Alter, ich krieg die nicht mehr hin. Ich auch nicht. Ich komm nicht mal durch das erste Loch. Bin drin. Nice. Als ob. Der erste hat's geschafft. Ja, nice. Ganz unten bin ich gestorben. Oh, easy. Ja, nice. Als ob. Ich bin da. Ja, nein. Ich bin gestorben. Ich geh in die Lava. Boah, bin ich scheiße. Heute ist echt nicht mein Minicraft Tag. Ja. Ne 2. Danke, Obama. Ne 4. Danke. Gut, dann bin ich jetzt wirklich mal raus. Okay. Kannst du mir deinen PC da lassen, dann spiel ich beide gleichzeitig. Ist immer noch besser, als wenn du deinen spielst. Findest du nicht? So'n Wichser. Ey. Das geht jetzt zu weit, Manu. Okay? Ich werd wenigstens nicht beleidigend. Ja, doch. Ne. Weißt du, ich wär eigentlich drei Pfeiler weiter vorne. Ich bin vorletzter. Ne, ich bin letzter mit dem LOL. Ich wär eigentlich zweiter ohne Bowserfeld. Junge, ich bin letzter. Ja, ernst. Ne, bist du nicht? Doch. Nein. Doch, wir sind alle auf unserem Feld. Ja, okay. Händchen Glück. Was ist das? Ah, hier ist eine Kartoffel. Wo ist das? Ja, ich hab nur so'n gelben Boden gesehen. Komm mit mir mit, komm da oben. Ja, gute Idee. Ist es echt? Ja. Alle stehen hier oben. Fickt euch weg, ihr Wichser. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich will keine Kartoffel sein! Lass mich bloß allein! Lass mich bloß allein! Oh was ein Trottel. Oh. Oh. Warum ist er noch? Hä? Es ist bald zwei Sekunden. Er rennt weg, er rennt zurück, gibts mir bald zehn und ich sterbe. Das ist so asozial, das Spiel ist so schlecht. Du bist schlecht, ich leb noch. Also entweder bin ich gerade blind, das muss ich mir noch mal eine Aufnahme angucken. Ich bin, er hat so schlecht gespielt. Ja! Es ist so unverdient, dass er dritter geworden ist. Das war so grottenschlecht von ihm. Oh mein Gott, oh mein Gott. Der ist hinter dir, 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 der ist hinter dir. Was? Emmi in der letzten Sekunde. Das ist so lächerlich. Das ist so behindert. Hä, war der die ganze Zeit so nah, dass er mir die hätte geben können? Der hat, ihr habt keinen Unterschied gehabt in den Dings. Er hat die ganze Zeit auch gedrückt. Ne 1. Ne 2. Ne 1. Nice, Manu. Du kannst ja noch ne 2 würfeln, wenn du dich anstrengst. Ne 4. Ja, okay, das geht. Für den 2er, äh, für den silbernen Würfel. Aber das Würfelblick ist gerade so lächerlich. Oh Mann. Also ich wäre grad 15 Felder weiter vorne, wenn ich nur ansatzweise gut gewürfelt hätte. Ja, ich, ohne Spaß. Das Spiel ist so komisch manchmal. Ich muss mir das in der Aufnahme nochmal angucken, falls ich falsch gesagt habe. Entschuldigung. Aber ich war der Meinung, der ist mit 2 Sekunden weggerannt, dann bin ich zurückgerannt. Du merkst ja, dass der Scheiße gebaut hat, kommt zurück und steckt ihn mir bei 10 Sekunden in die Hand. Dann habe ich noch Zeit, ihm die zurückzustecken und bei 8 Sekunden explodiere ich dann. What? Hä? Ja, so habe ich das wahrgenommen. Aber wer mich wahrscheinlich gibt... Du hast schon gebitatet. Ja, ich gucke ja nicht die ganze Zeit drauf. Ich ziehe ja so im Kopf mit die Sekunden. Und vielleicht... Bringt dir aber nichts, weil es Power-Ups gibt dir das Verlängern. Ah! Okay, das könnte das. Und ich glaube auf Verkürzen, da bin ich mir aber nicht sicher. Verlängern geht auf jeden Fall. Ja, das könnte das erklären ein bisschen. Dass das verlängert wurde. Hä? Ja, okay. Nirgendwo ne Mine. Kaputt. Ja, das ist so geil. Sobald ich einmal sterbe, bei dem Spiel habe ich schon keinen Bock mehr. Logischerweise. Easy. Schubsen. Alter, so easy, ne? Wie viel Zeit habe ich? Stunde. Kann auch nicht, ich bin wieder hinten. Ich habe mich hier umgebracht, damit ich nochmal laufen kann. Was so viel Spaß macht. Das ist so dumm. Ich stehe vor einer Mine, Alter. Das ist wirklich wie bei Jump League. Ja, das war jetzt selber schuld. Okay, genau den gleichen Schwung wie vorher. Lol, ich werde Dritter. Ja, ich bin Dritter. Ich bin Erster und Dritter. WTF? Ich bin Subter. Wie dumm das ist, Erster und Dritter zu sein. Ich bin Subter. Noch krasser wäre Erster und Zweiter. Hm, das stimmt. Rate mal. Oh, ne 3. Rate mal. Ne 1? Ne 1. Oh, wenigstens etwas. Das ist so krass, kaum bin ich on tilt bei den Games, würfel ich auch schlechter. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Ich habe jetzt viermal, glaube ich, eine 1 gewürfelt und einmal eine 2. Rechne mal hoch. Überleg mal, ich hätte überall eine 3 oder eine 4 gewürfelt. Ich finde, man sollte ins Gefängnis kommen, wenn man ein Pasch würfelt. Genau. Hä? Und Superman ist nur 14 Felder vor mir. Obwohl ich die ganze Zeit eine 1 würfel. Oh, ich bin wieder auf dem Bonusfeld. Ach stimmt, die gibt es ja nicht mehr. Aber wenigstens wurden die seit 2 Jahren rausgepatcht und die sind immer noch da. Oh nein, ich werde den Alter. Ohne Spaß, an dem Spiel ist wirklich nichts geil. Ich finde Federer mittlerweile auch scheiße. Nicht aber daran, dass ich mittlerweile verliere, warum auch immer. Ja, aber selbst wenn ich gewinne, macht es keinen Spaß. Genau, Junge. Red dir das ein. Nur weil er nie gewinnt, oder was? Hier, der Michael hat jetzt schon mal keine Chance mehr zu gewinnen. Warum? Weil er verkackt hat. Ja, das ist ja sein Problem. Ja, natürlich. Aber es macht keinen Spaß. Der WTF, das hast du in jedem Spiel. Wenn du verkackst, hast du halt verkackt. Nein, aber es... Nein, 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 nein. Ich meine... Aber du, du, du... Das ist die ganze Zeit so ein... Kopf-an-Kopf-Rennen für nix und wieder nix. Ja doch. Für den ersten Platz. Du kannst nicht wirklich irgendwas dabei rausholen, das meine ich. Alter, du bist so schnell. Nein, du hängst. Ja doch, klar kannst du was rausholen. Boah, war das knapp, Alter. Hoffentlich fällst du noch runter. Ist mir die letzten zwei Mal hintereinander passiert. Wir haben das letzte Mal, als wir zusammen gespielt haben, bist du einmal runtergefallen, da musst ich lachen. Danke, dass du mir das nochmal erzählst, du Arschloch. Kein Problem. Alter, wie viel Abstand du auf mich hast. Ich bin halt krass. Ja, bist du halt. Dein Pferd rennt viel schneller. Drückst du irgendwie Leertaste oder so dabei. Nein, gar nix. Halt die Fresse. Alter, rennt dein Pferd schnell. Ja. Ich hab' in den Esel. Ich hab' in den Esel. Ich hab' in den Esel. Ja. Oh man. Ich hatte wirklich einen Esel. Ne 4, wow. Endlich mal. 6, 6, 6, 6. 4. Okay, komm. Jetzt eine 6 mit einem Zweierwürfel. Komm, mach' mal. Ne 5, naja. Ne 3. Das war zum ersten Mal ein akzeptabler Wurf. Findest du? Ne 4 und ne 5. Wenn du den Wurf akzeptabel fandest, dann fand ich den auch akzeptabel. Oh, die Fresse. Das war zum ersten Mal ein akzeptabler Wurf. Wie kann ich denn jetzt noch Fünfter sein? Seid ihr alle scheiße? Ich hab' 4 oder 5 von der 1 gewürfelt. Ja, weißt? Die anderen sind doch nicht besser, Junge. What the fuck? Oh fuck, der eine ist nur 6 Felder entfernt. Doch, wetten wir. Also ich bezweifle sehr stark, dass sie so oft ne 1 gewürfelt haben wie ich. Ja, aber dann würfeln die halt ne 2. Du hast ja wenigstens noch nebenbei gewonnen. Ja, aber das hat ja damit Skills zu tun. Hat's nichts. Genau. Ja, natürlich hat das mit Skills zu tun. Okay, ja dann, die sind scheiße. Stimm dir. YouTuber fokust. Loll, was ein... Loll, ich werd so hart gefokust. Das war grad so ein Hörpeter. Da waren grad 2 oder 3 Leute und mich momentan... Also ich wollte nicht gefokust, ich hab das einfach nur so gesagt. Hab ne Schaufel, wow. Ich auch. Und das Treffen, ne Schaufel, unsere Schaufeln aneinander reiben. Oh ja. Ja. Werder nicht. Ich treff die ganze Zeit nur ein. Wie soll ich da meine Kills fahren? Als Oppi, Oppi. Ja, das Problem hab ich auch. Hier hat einer ein Dia-Schwert. Ich auch. Und jetzt hab ich nen Bogen. Ja. Ich hab nen Dia-Schwert. Und hier ist wieder keiner, es ist so lächerlich. Bei mir ist keiner in der Nähe. Fuck, ich bin jetzt auch ultra-abseits gespawnt. Ja, geil. Jetzt nach 10 Sekunden hab ich... Dann fällt er runter. Was ist das für ne Mongo? Ja. Was? Ich bin... Ich bin sechster Platz. Ich hatte nen Boom. Ich bin fünfter. Ich auch. What the fuck? Der eine, Alter, der war so schlecht gerade mit nem Schwert, gegen den ich gekämpft hab, der wusste überhaupt nicht... Ne Fünf. Oh fuck. Ich war auf ne Sechs und ist auf ne Drei gegangen. Ne, der eine gegen den ich gespielt... Oh Klaus, du bist neben mir. Schau mal. Oh, hallo. Der eine gegen den ich grad gekämpft hab, der ist über vier Lotusblätter gesprungen, dann will ich ihn wegsnipen, dann fällt er ins Wasser, Alter. Und dann will ich ihn wegsnipen, dann schafft er da drauf und fällt wieder runter. So richtig Hörpe gedörpe. Glaub ich einen Treffer. Bowser fällt. Bitte zurück. Bitte zurück. Bitte zurück. Hier fällt er zurückgesetzt. Danke. Lächerlich. Lächerlich. Oh, wir haben nen Gesieger. Ich hab so ein... Dritter. 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 Was das bedeutet, der hat ein Bonusfeld. Ja, könnte sein. Muss sein. Naja, aber wenn ihr beide auf das gleiche Browser... Browser... Browserfeld kommt, dann kriegt ihr, glaub ich, beide das gleiche Schicksal. Ne, waren wir ja nicht. Ich war ja viel weiter hinten. Ja, okay. Es gibt aber immer ne... Das gleiche... Bowserfeld hat immer das gleiche Schicksal. So. Zumindest war das meine Op... Hä? Glaub ich ehrlich gesagt nicht. Op, op, op. Opi, opi. Doch. Seh, leck. Wir fangen wieder an. Los. Oh, nein. Okay, dann brechen wir besser hier ab. Vielen Dank für's Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.